Ist die Zinnanbindung an das Lötpad wirklich erfolgt? Sind die Isolationsabstände zwischen den leiterbaren Innenlagen ausreichend? Ist eine mechanische Verbindung formschlüssig? Diese Fragen können mit Schliffen sehr präzise beantwortet werden. Zur Schliffpräparation sind zwei Schleif- und Poliermaschinen sowie das komplette Equipment zur Druck- und Vakuum-Einbettung installiert. Schliffe werden zur Fehleranalyse, aber auch präventiv zur Überprüfung von Qualitätsmerkmalen, zum Beispiel zuerst Musterüberprüfung bei neuen Leiterplattenlieferanten, erstellt.